Herr Präsident! Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Da wird ein jüdischer Inhaber eines Restaurants in Berlin hart attackiert und beschimpft und ihm der Tod angedroht. Da trauen sich Juden in Berlin nicht mehr auf die Straße und sich als Juden zu erkennen zu geben. Nach einer jüngsten Studie haben immer mehr jüdische Menschen in unserem Land große Sorge über die Entwicklung und ein viel zu großer Anteil trägt sich mit dem Gedanken, vielleicht doch Deutschland wieder zu verlassen. Auf dem Hintergrund der Schoah und der Ermordung von über 6 Millionen Juden im Dritten Reich tragen wir in Deutschland eine besondere Verantwortung dafür, dass Antisemitismus in unserem Land nicht immer weiter wachsen kann. Wir haben hier im Deutschen Bundestag in der letzten Legislaturperiode in einer Debatte bei allen Fraktionen festgestellt, dass wir uns darüber freuen, dass jüdisches Leben in unserem Land wieder vorhanden ist, dass wir dies fördern wollen. Es ist eine besondere Aussage von Menschen jüdischen Glaubens, dass sie nach der Schoah in das Land zurückkehren oder neu in diesem Land anfangen, dass Juden so ein unsägliches Unrecht angetan hat. Und deswegen haben wir eine große Verantwortung dafür, dass dieses jüdische Leben auch in Zukunft in diesem Land unbedrängt und weitgehend ohne Sorgen für diese Menschen möglich ist. Wir haben einen Expertenbericht bekommen. Wir hatten eine Expertenkommission zu diesem ganzen Themenkomplex eingesetzt. Und in diesem Bericht wird uns gesagt, dass der Großteil antisemitischer Aktionen, Verbrechen, Attacken aus dem Rechtsextremismus kommt. Dass aber auch eine wachsende Zahl antisemitischer Handlungen eingewandert ist von Menschen, die aus einer Region kommen, wo der Hass auf Israel und Antisemitismus eins zu eins auch gepflegt wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und beides dürfen wir nicht zulassen. Wenn ich sehe, dass vor einigen Tagen vor dem Brandenburger Tor israelische Flaggen verbrannt werden, dann kann man dies nicht mit dem Satz abtun, die Flagge eines Staates, sondern die Flagge Israels hat hier bei uns in Deutschland eine andere Bedeutung. Und deswegen werden wir dies auch nicht zulassen dürfen. Und deswegen haben wir hier eine große Aufgabe vor uns. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob die Vorschläge der Expertenkommission tatsächlich zu dem gewünschten Erfolg führen. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass man den entscheidenden Vorschlag, der dort gemacht worden ist, doch zuerst einmal umsetzen soll. Und dann gehen wir an die Arbeit. Und dann schauen wir uns an, ob es Erfolg hat. Und deswegen finde ich es richtig, dass wir auch in unserem gemeinsamen Antrag formulieren, wir fordern die Bundesregierung auf, den von der Expertenkommission vorgeschlagenen Beauftragten Antisemitismusbekämpfung einzusetzen. Und ich sage zu, dass wir dies auf jeden Fall als Union in jeder Koalition, die wir machen, auch jetzt durchsetzen können. Und ich glaube, dass es auch richtig ist, dass wir im Bundestag gesagt haben, wir wollen das und wir werden dies auch in den Haushaltsberatungen, in den Haushaltsplanberatungen finanziell unterlegen und auf den Weg bringen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und natürlich wird in dem Bericht auch gesagt, was dieser Beauftragte machen soll. Und ich glaube, das ganz Entscheidende ist, einmal Bewusstsein zu bilden, vor allem bei einer jüngeren Generation. Es darf nie passieren, dass junge Menschen aus unseren Schulen herauskommen und über das Thema Antisemitismus noch kein einziges Wort gehört haben. Und wir müssen mit dieser Arbeit, die wir da vor uns haben und auch den Beauftragten, können wir ein Zeichen setzen an die Juden, die in unserem Land leben. Wir nehmen eure Sorgen ernst. Wir stehen zu euch und wir werden nicht zulassen, dass Antisemitismus in unserem Land euch so bedrängt. Und wir werden alles dafür tun, dass jüdisches Leben auch in Zukunft in unserem Land weiter existieren kann. Und wir werden alles daran setzen, dass Dinge, die wir nicht für in Ordnung halten, auch entsprechend geahndet werden. Wir werden deshalb prüfen, ob wir das Verbrennen von Flaggen des Staates Israel in unserem Land verbieten können. Wir tun alles, damit Antisemitismus in unserem Land zurückgedrängt wird. In Deutschland darf es nie wieder Antisemitismus in dem Umfang geben. Und wie wir ihn jetzt haben, muss er weiter zurückgedrängt werden. Und ich kann nur sagen, wer sich Antisemitismus äußert, der muss auch entsprechend öffentlich dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Nächste Rednerin ist Kerstin.